Suche des überlebenden Gesichts nach dem ungeschliffenen Edelstein. Das überlebende Gesicht möchte, dass ich einen Stein finde, der im Herzen der Welt in einer Wüste geschmiedet wurde und ihm zum Becken der Erinnerung zurückbringe. Ingaria fuhr, dass der Stein bei einem einsamen Überlebenden, der sich in einer unwirtlichen Wüste an sein Leben klammert, gefunden werden kann. Hm. Ja, es ist schön, dass ich auf dieser World Map nix sehe. Weil da fallen mir ja nur zwei Wüsten jetzt gerade so ein. Nämlich einmal hier, ähm, das war... Ah, das ist Hasongo. Und hier oben irgendwo war auch nochmal eine... Ne, hier ist Hasongo. Pococohara war das hier. Das zweite war hier oben irgendwo diese Enklave, die den blöden Imp angebetet hat. Könnte sogar ziemlich in der Nähe gewesen sein. Können wir ja bei der Gelegenheit gucken. Ich will jetzt mich erstmal mit dem... ...letzten messen. Ah, die Torheit des Beseelers. Das sind Konstrukte. Bin ich mal gespannt, ob ich wieder so eine Kampfarena kriege und wie viele Konstrukte mir jetzt, also Animaten mir entgegengeworfen werden. Und ob ich Animaten kontrollieren kann mit, äh, Seraphin. Oh je. Konstrukte resisten all but the most grievous physical harm. Konstrukte sind nur gegenüber den schwersten physischen Verletzungen verwundbar. Also hat ihr Schöpfer ein Gerät erbaut, um seine Schöpfung ins Haub zu halten. Doch wie man sieht, ist es ihm nicht gelungen, seine Erfindung korrekt einzusetzen. Überdauer und du wirst siegreich sein. Ja, überdauer und du wirst siegreich sein. Gute Jagd. Okay, Störspirale. Störspirale Treibstoff. Störspirale Treibstoff. Glaubst du, meine Gesänge wirken auf sie, wenn sie keine Ohren haben? Okay, lass die mal aufstehen. Komm, triff das Scheißteil, bitte. Okay. Hm, hm. Na, Xorti, belebe Seraphim mal wieder. Ja. 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 Ich glaube, das war ein Fehler. Sie müssen innerhalb des Kreises stehen. Okay. Sollten wir irgendwie hinkriegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 Konstantin, Xorty, Mount Fenrir, in die Mitte. So. So. Xorty, buff mal. Dann holen wir uns Verstärkung noch. Fürs Erste. Wir haben Deck. So. 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 Die Heilung, bitte. Oh, er brennt ein bisschen. Hm, Xoti. Halt dich mal. Das ist nicht gut. Das Problem ist, die Dinger dürften ziemlich hohe Magier-Resistenz haben. Hm? Ja, das sind wieder eiserne Konstrukte. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich gegen die eisernen Konstrukte da zwei... ...unnutzen sollte. ...oder ob danach noch mehr Willen kommen. Soll ich nicht stehen bleiben? Oh, komm. Hört auf. Mit der blöden Kill-Kamera. Die macht mir gerade das Game nicht leichter. Zurück-Kamera. Jaaah. Huh. Phon. Cause' a light. ajaah. Jaaah. Jaaah. Könnt ihr euch bitte auch einer auf einen konzentrieren? Okay, ich versuch's einfach mal. So, und jetzt den da noch weg. Okay, XOTI. Hm, Heilung. Oh, der Alov. So, hilf mir. Nuh-uh, das funktioniert nicht. Okay, langsam wird das doof. Hm? Hm? Very well. Hm? 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 Okay, langsam wird's. Sollten wir mal gucken, dass wir Verstärkung rufen. Äh, Seraphine hat da auch was, gell? Hä? 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 Nur einmal pro Ruhe fahrst du und der hat's nicht mehr? Okay, der Bogen wirkt bei denen. Hm, das ist gut. Und es kommt noch ne Welle. Und ich hab keine Krüge mehr. Okay, das sind rostige Konstrukte. Das muss jetzt aber die... Nein, ist nicht die letzte Welle. Okay, das sind wieder Eiserne. Okay, das sind wieder Eiserne. Okay. Äh. 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 Ja, ganz ehrlich. Äh. 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 Ich lad mal wieder hier. Äh. Und dann mache ich erstmal hier einen Cut am besten. Dann versuchen wir sie in der ersten, nächsten Aufnahmesession nochmal. Also ich darf nicht so ganz so großzügig mit... Oh, ich kann hier gar nicht speichern. Ja, okay. Oh, da kann ich speichern. Ja, ich kann es versuchen. Das ist ein zwar komischer Speicherpunkt mit LP073, aber macht ja nichts. Irgendwie wird das schon gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.